Lieber Gott, oder ich weiß nicht, was ich damals gesagt oder geglaubt habe, hilf mir, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, wow! Oh mein Gott! Wie lange ist das bitte her, dass ich hier das letzte Mal so ein Video in der Form aufgenommen habe? Megakrass, megakrass, hey! Ich habe keine Ahnung, woher du jetzt wahrscheinlich diesen Kanal noch kennst oder seit wann du hier Abonnent bist. Vielleicht seit vier Jahren, vielleicht seit fünf Jahren. Ich finde es einfach krass, wie lange dieser Weg jetzt schon geht. Und du siehst, ich sitze hier in der Natur. Ich bin jetzt gerade in Bayern. Oh, es ist einfach so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Unternehmer-Update aufgenommen habe. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und ich würde mich jetzt richtig freuen, wenn ich heute deine Aufmerksamkeit haben darf und mit dir einfach ein bisschen darüber sprechen darf, was ist so passiert, was hat sich jetzt so verändert, was hat sich so getan. Ich wünsche mir, dass du dich jetzt gerade auch schon freust, auf das Video schon freust, denn dann ist es umso schöner. Also, nach dem Intro geht's los. Let's go! Ja, du hast schon das Intro gesehen. Das ist unser neues Logo und gleichzeitig auch als Intro animiert worden. Ungara und Partners GmbH, das ist die Firma hier in Bayern, die ich habe. Ich habe auch eine gleichnamige Firma jetzt seit diesem Jahr in der Schweiz, aber wir gehen jetzt mal chronologisch vor. Also, im Unternehmer-Update erzähle ich dir ja einfach von den Neuigkeiten, was sich einfach so bei mir ergibt, was sich so getan hat und das möchte ich auch heute gerne tun und dafür habe ich mir heute hier diesen Platz ausgesucht, um heute mit dir darüber zu sprechen. Das ist eine nagelneue Feuerstelle hier im Pfaffenhofen an der Glonn beziehungsweise im Nachbarort in Egenburg und die ist echt mega schön. Ich weiß gar nicht, ob die Feuerstelle an sich, jetzt fliegt das Handy schon auf den Boden, ob die Feuerstelle an sich, die da steht, ob die auf dem Bild überhaupt drauf ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, in der Mitte steht so ein, ja, es schaut aus wie ein Kugelgrill und hier einfach dieser Platz für bestimmt, ja, 40, 50 Leute, die hier sitzen können, wo man einfach am Abend dann Feuer machen kann. Ich sehe ja auch schon, dass wir hier mal irgendwie eine Form von Seminar oder so machen, wo wir dann auch hier ein Feuer machen werden. Ich habe das schon so bildhaft vor Augen, wie wir von zu Hause Holz in die Schubkarre packen, hier rüberfahren nach Egenburg und dann da ein geiles Feuer machen. Ah, es ist einfach so geil, was alles noch entstehen wird und auch schon entsteht. Und hier sitze ich gerade und bin einfach froh, dass wir hier diesen wunderschönen Ort haben, um einfach in der Natur zu sein und gleichzeitig aber auch hier in Ruhe produktiv sein zu können. Ich habe auch meinen Laptop dabei, das heißt, das Video werde ich jetzt gleich dann im Anschluss schneiden. Ja, einfach nice. Also ein Shoutout an der Stelle an die Gemeinde Pfaffenhofen, an der Glon, an den Bürgermeister Herrn Zech. Richtig cool. Man merkt einfach, hier wird sich richtig Gedanken gemacht und hier entsteht so viel für die Menschen. Ja, einfach an der Stelle mal ein dickes, fettes Danke und auch ein Shoutout, was ihr hier möglich macht. Cool, kommen wir mal zum Unternehmerischen. Wie gesagt, ich habe vergessen, wann ich das letzte Unternehmer-Update gemacht habe. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen groben Umriss von den letzten Jahren und dann gehe ich mal ins Detail, was jetzt 2023 passiert ist. Also, ich bin ja 2017 aus Deutschland ausgewandert. Damals habe ich gelebt in Hannover und habe auch dort meine Firmen aufgebaut, habe im Coworking Space immer gearbeitet, in Hannover im Hafen. Das schreibt sich H-A-F-V-E-N. Ein mega cooles Coworking Space. Wenn du mal da bist, check das auf jeden Fall mal aus. Bin dann 2017 ausgewandert. Damals gemeinsam aufgrund einer, ja, so einer Idee einfach mit Lukas Manko gemeinsam, haben wir gesagt, hey, wie wäre es denn? Wir können doch eh von unterwegs arbeiten. Wir brauchen doch nur Internet und unseren Laptop. Warum wandern wir nicht einfach aus, reißen alles ab aus Deutschland und gehen einfach mit unseren Laptops auf Weltreise und schauen mal, wo es uns hinzieht. Das haben wir dann 2017 gemacht. 2018 und 2019 sind wir auch genauso durch die Welt gereist. Ich habe dann schon gemerkt, es zieht mich irgendwie irgendwo hin, dass ich mich irgendwo anmelden kann. Also, ich wollte gerne irgendwo eine feste Base haben. Ich wollte nicht staatenlos in dem Sinne sein, sondern eine feste Base und habe dann halt mich super ausgiebig informiert, was würde für mich passen. Und da ich auch Spanisch spreche, habe ich mich dann entschieden, nach Paraguay zu gehen und habe das auch komplett alles durchgezogen und bin wirklich davon ausgegangen, ich würde viele, viele Jahre dort meinen festen Wohnsitz haben und war dann eben diese Anmeldeprozesse, ich habe sie angestoßen 2018 und es hat dann alles ein bisschen gedauert und bin dann 2019 eben nach Paraguay gegangen mit der kompletten Einwanderung. Das ging dann alles ziemlich zügig und war dann eben 2019 in Paraguay gemeldet. Bin aber weiter von dort aus gereist. Also, ich hatte dort meine Base und konnte dort jederzeit hin. Ich habe auch jetzt noch diese dauerhafte Aufenthaltsbewilligung, die hat einen Zeitraum von 10 Jahren, bevor man sie mal verlängern muss. Also, ich könnte auch jetzt, wenn ich wollte, 365 Tage meines Jahres in Paraguay verbringen, ist jetzt aktuell nicht meine Absicht, aber könnte ich jetzt machen. Ich habe diese Aufenthaltsgenehmigung und ja, habe dort sozusagen auch damals einen festen Wohnsitz gehabt mit eben diesem Plan, dieser Aussicht, hier werde ich jetzt bleiben, hier werde ich meine Base haben und von hier aus bereise ich einfach die Welt. So, der Plan hat sich dann schlagartig verändert. Ich war eigentlich nur nichtsahnend und unschuldig am Instagram scrollen und habe dann das Profil von meiner jetzt Ehefrau und der Mutter meiner zwei Kinder, habe ich das Profil auf Instagram entdeckt und war einfach so, hey, wow, was für ein toller Mensch. Ich war einfach begeistert von ihr. Sie hatte eine tolle Ausstrahlung und ich habe ihr einfach dann ein Kompliment geschrieben, hey, wow, tolle Ausstrahlung. Das war alles. Ja, und ich wollte nicht, ich hätte nicht mal damit gerechnet, dass die mir überhaupt antwortet oder sonst irgendwas. Und dann hat sie dieses Kompliment einfach angenommen. Das finde ich ja eh toll, wenn es Frauen gibt, die Komplimente einfach annehmen. Es ist so schön. Oh, ich liebe Frauen, die einfach Komplimente annehmen. Es gibt nichts Schöneres. Und sie hat es einfach angenommen und erwidert. Hat gesagt, oh, danke, kann ich nur zurückgeben. Ja, und dann war ich natürlich hier angefixt. Hat sie mich gehabt. Und da habe ich sie, glaube ich, wo habe ich sie angeschrieben? Irgendwo habe ich sie angeschrieben. Irgendwo habe ich sie angeschrieben. Ganz am Anfang war es übrigens bei einem Video von Kurt Tepperwein, ich glaube zum Thema Neujahrsansprache 2020. Da habe ich mit diesem YouTube-Konto, Johannes Ungerer Unternehmer Tagebuch, mit diesem YouTube-Konto habe ich bei dem Video von Kurt Tepperwein einen Kommentar geschrieben. Und der Kommentar war wohl irgendwie schön. Deswegen haben Leute da auf Like gedrückt und dann wurde der oben angezeigt. Und dann hat Marina den gesehen und dann hat sie das gesehen, Johannes Ungerer Unternehmer Tagebuch und hat dann mein Instagram ausgecheckt und dann wohl gefolgt oder irgendwas geliked. Und darüber habe ich erst ihr Profil entdeckt. Überleg mal, wenn ich diesen Kanal hier damals nicht gestartet hätte, dann wäre ich heute nicht verheiratet. Ich würde heute nicht hier sitzen und ich hätte heute meine zwei wunderbaren, wundervollen zwei Kinder nicht. Ist das nicht krass, was es macht, wenn wir einfach die Dinge tun, die wir fühlen? Irre, oder? Oder, also ich sage es immer so, den Mutigen gehört die Welt. So ist es einfach. Period. Den Mutigen gehört die Welt. Die, die einfach machen. Es ist so, so krass. Auf jeden Fall haben wir dann geschrieben und irgendwo habe ich ihr dann geschrieben, hey, ich habe den Impuls, lass uns doch mal telefonieren. Und das hat sie wohl ganz toll gefunden, dass ich das Wort Impuls verwendet habe. Hat sie allen ihren Freundinnen dann die ersten Monate erzählt, wenn die gefragt haben, hey, wie habt ihr euch jetzt kennengelernt? Ja, er hat mir geschrieben, er hat den Impuls zu telefonieren. Dann habe ich wohl irgendwas richtig gemacht, auf jeden Fall. Und dann, auf jeden Fall, haben wir telefoniert und dann wirklich, dann ging es Schlag auf Schlag. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dann, wo war ich zu der Zeit? Ich war in Österreich zu der Zeit. Hatte ein nices Airbnb in der Nähe von Wien. Im 18. und 19. Bezirk sowas. War richtig nice. Und mir ging es auch richtig gut zu der Zeit. Merkt ihr, wie das Bayerische bei mir durchkommt? Ich bin ja eigentlich Ur-Hannoveraner. Eigentlich ist ja mein Hochdeutsch hier meine Sprache. Manchmal kommt es Bayerisch schon so durch. Ich weiß nicht genau, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Eher schlecht. Auf jeden Fall haben wir telefoniert. Ich saß in Wien auf der Parkbank, so ähnlich wie jetzt hier. Wir haben einfach so telefoniert. Es hat so harmonisch funktioniert. Und dann, zwei oder drei Tage später, war sie einfach auf der Matte. Ich habe einfach am Telefon so halb Spaß, halb Ernst gesagt, ja komm halt mal rum. Komm halt mal rum nach Wien. Du bist ja nicht so weit. Ich dachte halt so, Bayern, Österreich kann nicht so weit sein. Es sind aber vier Stunden Fahrt gewesen, die sie auf sich genommen hat. Sie ist dann mit ihrer besten Freundin damals und mit dem Baby von der besten Freundin hier nach Wien gefahren. Dort haben wir uns getroffen. Im Café, Restaurant, gegessen. Und dann echt, ja, die haben im Hotel übernachtet. Die erste Nacht. Und dann, ja, am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen. Es hat einfach voll gepasst. Es hat alles gepasst. Und dann hat sie auch wieder halb Spaß, halb Ernst gesagt, so, jetzt ist eigentlich your turn. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du mit nach München kommen. Und dann war bei mir so, äh, Moment, ich bin, ich bin gerade erst ausgewandert aus Deutschland. Wie, jetzt soll ich wieder zurück nach Deutschland? Und da, da, da. Mein Kopf war schon viel weiter offensichtlich. Auf jeden Fall, ich war so, äh, okay, spannend. Ich werde meditieren. Ich werde darüber meditieren. Und dann sage ich dir Bescheid. Und Marina meinte damals schon so zu mir, sie, sie dachte, das wäre eine Ausrede. Und dass sie sozusagen mich nie wieder sehen würde. Na, auf jeden Fall, ich bin dann in mein Airbnb zurückgefahren. Und dann habe ich es wirklich so gemacht. Ungelogen, ich, ich spiele das jetzt mal nach. Ich habe mich so aufs Sofa gesetzt. So, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwie, wahrscheinlich ein kurzes Gebet oder so gesprochen. Okay, ich habe einfach gesagt, lieber Gott, oder ich weiß nicht, was ich damals gesagt oder geglaubt habe. Auf jeden Fall, ähm, hilf mir, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. So. Und dann saß ich einfach da. Und dann hatte ich zwei Szenarien. Und dann habe ich, als erstes habe ich mich gefragt, okay, wie wird sich mein Leben in fünf Jahren anfühlen, wenn ich jetzt nicht mit nach München fahre, sondern hier bleibe? Wie wird sich mein Leben anfühlen? Ich bin so reingegangen und das Gefühl war so, ja, nice, cool, ist geil. Und dann bin ich da rausgegangen und dann im geistigen Feld in die nächste, ins nächste Szenario, wie wird sich mein Leben anfühlen, wenn ich jetzt da morgen mit nach München fahre, bei denen mit ins Auto einsteige und einfach mit zu ihr fahre. Und ich habe meine Augen zugemacht und in dem Moment war das so krass, weil es ist, alles aufgegangen, es war so eine krasse Überflutung von Energie, es war so ein geiles Gefühl, so ein, wow, das ist genau der richtige Weg, vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und in dem Moment, ich bin aufgewacht oder habe die Augen aufgetan und ich wusste, fuck yes, ich werde morgen mitfahren und was auch immer das bringen wird. Ich sehe bei dem Kamerabildschirm, da blinkt irgendwas, das muss ich jetzt mal eben überprüfen. Oh ja, der Akku ist fast leer. Dann machen wir mal eben Pause. Ich wechsle den Akku und dann geht es gleich weiter. Okay, scheiße gelaufen, der andere Akku ist auch leer, deswegen habe ich jetzt mein Handy genommen. Hier ist übrigens die Feuerstelle, von der ich vorhin gesprochen habe. Einfach ein geiler Ort. Da ist noch das Stativ von gerade, der Fußballplatz. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sitzen wir ja bald mal hier zusammen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich bin dann mitgefahren nach München und dann einfach geblieben, nicht mehr gefahren und das war eigentlich so die Story, wie wir uns kennengelernt haben. 2020 habe ich mich dann auch noch dann in den nächsten Monaten angemeldet wieder in Deutschland, war dann einfach wieder zurück in Deutschland gemeldet. Bin ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Seit diesem Jahr lebe ich ja in der Schweiz und habe in Deutschland nur noch meine Firma und bin eigentlich nur noch geschäftlich hier oder halt jetzt aktuell in dieser Umstellungsphase, wo wir ja auch noch das Haus hier in Bayern haben, sind wir auch regelmäßig noch als Familie da und einfach in diesem Wechsel und das ergibt sich jetzt dann immer mehr so die nächsten Jahre, dass wir immer mehr in der Schweiz sein werden und auch das hat seine Gründe, auf die werde ich sicher auch in den nächsten Videos dann einfach mal eingehen. Aber heute sollte es ja ein Unternehmer-Tagebuch sein und kein Privat-Tagebuch. Ja, schon ziemlich viel Privates erzählt, aber ist egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Grund, noch weitere Videos zu machen, das ist ja etwas Schönes. Ja, wie ging es weiter? Ich habe dann 2020, wo ich wieder hier gelebt habe, auch in Deutschland wieder eine GmbH aufgemacht und dann mit dieser GmbH auch gemeinsam mit Marina anfangs Coachings gemacht über einfach hier spirituelle Themen, Menschen, die einfach in ihrem Leben weiterkommen wollten. Den haben wir den Raum geöffnet, dass sie sich weiterentwickeln konnten durch unsere Anleitung auch und mit unserer Begleitung. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch von Anhieb mega erfolgreich und wir haben echt viel erlebt in dem Jahr. Und dann ist es weitergegangen. Was war dann der nächste Step? Wir waren dann, hier auf den Malediven waren wir noch, da habe ich ja diese Spiritual Millionaire School noch gemacht. Da war bestimmt auch der ein oder andere von euch dabei. Und dann ging das weiter und weiter und weiter. Und dann kam Ruhe. Dann war ja auch die Lya da. Wir haben geheiratet noch im Oktober und im November kam dann die Lya. Und dann war wirklich Ruhe. Ja, dann war es richtig so, ja, das Leben hat dann von uns auch diese Ruhe gewollt. Wir sollten auch ganz für das Kind da sein und waren dann wirklich komplett für die Lya da. Wir hatten so viel Zeit. Das war einfach toll. Es war richtig, richtig schön. Dann kam ja auch jetzt letztes Jahr noch die Sophia. Immer noch das Gleiche. Also die letzten zweieinhalb Jahre, seit die Lya eigentlich geboren ist, waren businesstechnisch wirklich sehr, sehr, sehr ruhig. Ja, es ist super eher nach innen gegangen, die Entwicklung und war gar nicht mehr wirklich so, ja, expulsiv nach außen, sondern es hat sich vor allem viel nach innen getan, viel einfach in der Klarheit, in der Standfestigkeit hat sich viel getan und in dieser inneren Persönlichkeit, die sich einfach herausentwickelt hat, die gereift ist. Und natürlich parallel auch mit den zwei kleinen Kindern, da ist man einfach auch glücklich über jede freie Sekunde, die man hat. Und so war es dann bei uns, dass wir jetzt die letzten Jahre vor allem viel mit den Kindern gemacht haben. Es hat sich aber auch viel Neues ergeben, wie eben auch vorhin schon angesprochen. Jetzt seit diesem Jahr bin ich in der Schweiz gemeldet und habe auch in der Schweiz eine GmbH gegründet. Und in dieser GmbH baue ich in der Schweiz in demselben Haus, wo wir auch wohnen, in diesem Haus haben wir auch einen geschäftlichen Bereich. Das heißt, es ist ein Haus mit zwei Bereichen eigentlich. Wir haben unseren privaten, persönlichen Bereich und wir haben auch einen Bereich mit einerseits Büroräumen, die sozusagen, die wir untervermieten können auch, wenn das für dich oder jemand anderen interessant ist, in der Schweiz einen Geschäftssitz anzumelden oder auch einen Wohnsitz, dann können wir hier Möglichkeiten anbieten. Das ist mal das eine. Und was aber in diesem geschäftlich betriebenen Bereich auch noch vorhanden ist, sind Schlafzimmer für Gruppen. Also wir können mehrere Schlafzimmer anbieten für rein Frauen Schlafzimmer, rein Männer Schlafzimmer und können halt somit hier auch eine Plattform bieten, wo du oder jemand anderes oder jemand, den du kennst, auch Events anbieten kann, wo wir selber eigene Events hosten können, wo wir halt in der Schweiz gleich direkt in Appenzell bei uns im Haus die Übernachtung halt auch mit anbieten können. Ja, dadurch ist es viel persönlicher, wenn jemand dort ein Seminar machen möchte, in der Natur, in den Bergen, ist es viel persönlicher, wenn man abends noch lange zusammensitzen kann, vielleicht ein bisschen was trinken kann oder so oder auch im Sommer im Garten den Abend ausklingen lassen kann und dann halt alle gemeinsam dort in der Unterkunft übernachten. Das bietet so viele tolle Möglichkeiten. Und wir haben auch jetzt, Marina und ich, jeweils ein Event schon im ersten Monat im Mai. Jetzt, nachdem alle Renovierungen abgeschlossen waren, im ersten Monat gleich jeder ein erfolgreiches Event gehabt. Das war super, super, super geil. Also wenn du da mehr Einblicke haben möchtest, schau auf jeden Fall mal auf der Internetseite kraftvollerunternehmer.net vorbei. Da findest du auch Kundenstimmen, also von den Teilnehmern, die dort Testimonien jetzt abgegeben haben. Die haben selber von ihrem Prozess gesprochen. Mega geil. Also ich bin so begeistert von dem ersten Bootcamp gewesen. Das ist so krass, was sich bei den Teilnehmern alles getan hat. Die sind da hingekommen, wussten noch gar nicht so wirklich, was sie wollen. Und ich muss jetzt an die Carlotta gerade denken. Die ist einfach mit fünf oder zehn Anfragen nach Hause gefahren. Das Event ging fünf Tage. Am Anfang wusste sie noch gar nichts bezüglich ihrer Positionierung. Ihr war nur klar, sie möchte gern mit Pferden arbeiten. Und am fünften Tag erzählt sie und sitzt sie am Frühstückstisch und sagt, ey Leute, ich habe fünf oder zehn, ich weiß nicht mehr, ich habe schon voll viele Anfragen auf jeden Fall. Das war so cool. Das war einfach genial. Das war ein toller Moment. Wir haben uns alle so für sie gefreut. Und genauso darf es und soll es und wird es weitergehen. Und ich bin einfach dankbar, hier diesen Standort bekommen zu haben. Ist ein Riesengeschenk. Ich wollte schon lange in die Schweiz und jetzt endlich habe ich hier den Zugang und konnte dadurch auch meinen Wohnsitz anmelden und kann dann auch ab fünf Jahren Wohnsitz, also in fünf Jahren, kann ich dann auch eben ein Haus kaufen, das ich dann auch wirklich behalten werde. Jetzt aktuell ist es zur Miete. Das heißt, wir mieten diese Räume über die Schweizer Firma und rechnen halt entsprechend da alles ab. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es wird auch langsam anstrengend, hier die ganze Zeit jetzt das Handy zu halten. Und ich möchte auch gern, dass das Video unter 20 Minuten bleibt. Deswegen, schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes. Ciao. Ciao.